Ich bin ehrlich mit euch, Nina und ich nehmen heute ausnahmsweise mal einen Freitag auf und ich musste mir, nicht nur weil es Freitag ist, sondern ganz besonders auch wegen diesem Thema heute, erstmal ein Glas Wein einschenken. Ein großes Glas Wein. Das wirst du auch brauchen. Das glaube ich auch. Ich trinke nochmal einen Schluck. Es ist ein Lieblingsthema von euch und irgendwie ein Hassliebesthema von uns. Aber es ist vor allem das Liebescomeback des Jahres. Julian Zietlow, wie sollte es auch anders sein, ist wieder mit seiner Ehefrau Alina zusammen und ich habe nur gedacht, äh, what? Aber er hat sich doch eigentlich ein kompletter Arsch verhalten, seine Kinder im Stich gelassen, ist nach Thailand abgehauen und hat mit einer anderen da auf Instagram die ganze Zeit rumgemacht. Er hat das alles geteilt. Wie passt das denn jetzt hier wieder zusammen? Weil ich habe ehrlicherweise die ganze Geschichte nicht mehr verfolgt seit unserer letzten Folge. Und das ist auch alles richtig. Das hat er ja auch alles getan. Aber jetzt ist irgendwie wieder alles anders. Alina und Julian sind wieder happy in love und genau darüber wollten wir sprechen, was ist eigentlich in dieser Zeit passiert von Folge 81 bis heute. Und deswegen herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir Nina Lenzen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge, so wie bei den, ihr wisst es ja wahrscheinlich noch, habt es noch genau auf euren Ohren quasi, dass ich die letzten beiden Folgen auch schon immer komplett geflippt bin eigentlich. Also dieses Thema hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und ich war ja parallel irgendwie schockiert, aber auch irgendwie amüsiert und so ein bisschen dann auch fasziniert davon. Und jetzt ist es so, ihr habt euch das gewünscht und dann haben wir gesagt, naja gut, okay, dann machen wir es jetzt nochmal. Und ich saß hier die letzten Abende und habe einfach nur gedacht, es darf doch alles wirklich nicht wahr sein. Also ihr könnt euch freuen, es ist, man muss wirklich jetzt vorab schon mal dazu sagen, die zwei, vor allem Alina und Julian, da sind ja noch mehrere Leute im Spiel, aber Alina und Julian posten in einer Tour. Also da sind Storys und Fotos und weiß ich nicht was noch und nöcher und wir haben natürlich jetzt keine 24-7-Standleitung zu deren Instagram-Kanälen. Das heißt, wir haben uns jetzt fokussiert auf die so wichtigsten, einschneidendsten Momente und Insta-Stories. Also falls da irgendwas ist, was ihr vermisst, was ihr vielleicht gesehen habt, seht es uns nach oder schreibt es uns dann noch oder so. Aber ich glaube, wir werden jetzt in dieser Folge einen guten Rundumschlag machen. Ja, das glaube ich auch. Ja, wie Fredi eben schon gesagt hat, also Alina hat ihrem Ehemann Julian offenbar eine zweite Chance gegeben. Und bevor wir dazu kommen, wie sich das wieder angebandelt hat und seit wann das schon so ist, machen wir einen kleinen Rücksprung, würde ich sagen, damit wir alle nochmal wissen, wie es weiterging eigentlich mit Julian, während er noch in Thailand war. Weil so endete ja quasi unsere letzte Folge über die zwei. Ja, so endete sie. Aber für die Leute, die sie vielleicht auch nicht mehr so auf dem Schirm haben, das war Folge 81, da sind wir wirklich, das war geil. Da ist es gerade rausgekommen, die ganzen Instagram-Videos und da hatten wir also eine Art Standleitung zu seinem Instagram. Also wir haben es ja wirklich uns jeden Tag angeguckt und haben dann ganz heiß darüber berichtet in unserem Podcast. Und also hört euch das gerne nochmal an, einfach nochmal als einen kleinen Refresh und Reminder. Also Julian und Alina kennen sich seit ihrer Jugend. Er war 19 und sie war 16, als sie beiden zusammenkamen und ihre Liebe gipfelte in einer Hochzeit 2015. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Die Tochter Lilly kam 2016 zur Welt und Tochter Liv 2021. Sie gründeten also eine Familie, bauten sich ein gemeinsames Fitnessimperium auf, sind super erfolgreich, scheffeln richtig viel Geld, sehen beide top aus, haben scheinbar nach außen hin, eine tolle Beziehung, eine tolle Familie. Und eigentlich hätte das Leben für die beiden nicht besser laufen können, sollte man meinen. Tja, bis Julian Ende 2022, Anfang 2023, plötzlich Mitglied einer ominösen Drogensekte in Thailand wurde. Sekte wirklich in Anführungsstrichen, das sagen nämlich die einen. Die anderen sagen, das war seine Transformation, die Reise zu sich selbst. Und die, die das sagen, sagen auch, dass diese Transformation des ehemaligen Fitnessstars viel früher angefangen hat, als 2022, sondern schon im Jahr 2020. Und mit dem Influencer Ferdinand Beck hat er, also Julian Zietlow, eine Podcast-Folge aufgenommen, in der er erzählte, dass er trotz seines vermeintlich perfekten Influencer-Lebens unglücklich war. Und die Lösung für sein Problem schien ebenso leicht wie verhängnisvoll, und zwar waren das bewusstseinserweiternde Drogen, die er dann bei seiner Reise zu seinem höheren Selbst helfen sollten. Und wie ich schon sagte, wenn ihr wissen wollt, wie diese Reise ganz genau zu seinem höheren Selbst ausgesehen hat, dann hört gerne nochmal in Folge 81 rein. In den Jahren 2022, also Ende 2022, aber vor allem im Jahr 2023, ist Julian halt immer wieder und auch bei längerem Zeitraum in Thailand. Man wusste nicht ganz genau, was er da am Anfang, sage ich jetzt mal, was er da getan hat, bis dann plötzlich Videos von ihm aufgetaucht sind mit einer gewissen Kate. Und ihr erinnert euch vielleicht noch alle an diesem Video draußen am Pool, sie halbnackt, sie waren sich krass am Küssen und er klatschte die ganze Zeit auf den Hintern, gab es noch Videos, wie sie im Pool Sex hatten, vermeintlich Sex hatten. Und alle waren natürlich mega geschockt, weil man nur dachte so, hä, zu Hause ist doch seine Frau Alina und er hat auch zwei Kinder. Was passiert hier eigentlich? Und die Beziehung zu Alina zerbrach auch in dieser Zeit. Und er sagte dann natürlich auf Instagram und verbreitete es, dass er sich jetzt verliebt hatte in die damals 25-jährige Russin Kate und die er dann später auch seine spirituelle Ehefrau nannte. Ja, er führte mit Kate ein wirklich wildes Leben in Thailand. Sie posteten regelmäßig darüber. Julian verkaufte zu dem Zeitpunkt auch Nacktbilder auf Onlyfans zusammen mit Kate für 49,99 Euro. Pro Monat konnte man sich die Fotos und Clips und alles von denen, ich will jetzt gar nicht wissen, was die da alles hochgeladen haben, kann man sich auf jeden Fall alles anschauen oder konnte man sich damals alles anschauen. Übrigens, würde mich mal interessieren, wer von euch hat sich schon mal aus Neugierde Onlyfans gemacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Und wenn einer von euch Onlyfans hat, würden wir jetzt natürlich niemals von ausgehen, kann er ja vielleicht mal gucken, ob man noch diese ganzen Sachen von Julian Zietlow findet. Würde mich mal interessieren, weil das kann ich schlecht nachgucken. Also, er konsumiert Drogen, verkauft Fotos auf Onlyfans und ist halt die ganze Zeit auch in den Schlagzeilen. Mit seinen ganzen wilden Partys, mit seinem Beitritt zu dieser angeblich sektenähnlichen Gruppe. Und es war schon eine sehr, ja, ich, also man muss sagen, in dieser Zeit, das fand ich damals auch so verrückt. Alle haben über Julian Zietlow gesprochen. Alle haben aber auch gesagt, Alter, wer ist dieser Typ überhaupt? Also, alle waren so erschufiert, dass sie über ihn sprechen und dass man überhaupt über ihn spricht. Aber gleichzeitig konnte er gefühlt ganz Deutschland nicht aufhören, sich seine Instagram-Stories anzugucken. Und der Typ wurde halt einfach mega, also ich fand, noch berühmter, als er vorher war durch die ganze Geschichte. Und in dieser sektenähnlichen Gruppe, es wurde halt auch mal so skurril, ja, weil die dann an außerirdische Lebensformen irgendwie geglaubt haben und dann regelmäßig Drogen konsumiert haben, zu irgendwelchen Aliens gebetet haben, sag ich jetzt mal, und nackt durch die Gegend getanzt haben und viel Sex miteinander hatten. Ist natürlich auch ein bisschen skurril für uns, das von außen so zu betrachten. Und Julian nimmt in dieser Zeit Drogen wie Ayahuasca und LSD zu sich. Und auf der anderen Seite, sag ich jetzt mal, von der Seite von Alina war es halt echt einfach die ganze Zeit erstaunlich ruhig. Sie hat sich nämlich nie öffentlich gegen Julian geäußert. Das Einzige, was sie mal gesagt hatte, war, Julian ist einfach außer Kontrolle. Und das war auch wirklich so. Also sein Leben lief in dieser Zeit außer Kontrolle. Er wurde bei Rocker Nutrition aus seiner Firma rausgeschmissen. Alina übernahm das dann. Er durfte eine Zeit lang seine Kinder nicht sehen. Er verlor Sponsoren. Also abgesehen von diesen ganzen Partys und seinem Heilleben in Thailand, brach um ihn alles herum in Deutschland zusammen. Und er redete damals sowas wie, ich habe ein Interview gefunden, Nina. Und da sagte auch der, das war der, war der kurzzeitig, er ist natürlich auch zwischendurch von Thailand mal nach Deutschland gekommen. Als er kurzzeitig in Deutschland gelandet und der Reporter sagte nur, dann hat beschrieben, wie er ihn am Flughafen getroffen hat und was er für ein wirres Zeug gesprochen hat. Also ich zitiere das jetzt. Er sagte sowas wie, kein Plan sei der beste Plan. Er lebe jetzt nur nach Gefühl und das sage ihm, let's go. Wenn du Sex willst, hab Sex. Wenn du essen willst, geh essen. Wer wüsste schon, wie die Situation, die Zukunft sich entwickelt. Vielleicht habe ich in einem Jahr oder in einem halben Jahr fünf Kinder, keine Ahnung. Und nur Idioten erklären sich. Er würde sich auch nicht mehr erklären wollen in dieser Zeit. Er hat halt krass, finde ich, in diesem, so im Moment gelebt, was ich ja eigentlich an für sich gar nicht so schlecht finde, was ich nur so absurd fand in der ganzen Zeit, war halt einfach, dass er wirklich alles, aber auch wirklich jeden kleinen Fitzel halt bei Social Media geteilt hat. Und das war am Ende ja auch irgendwo, er wurde ihm zum Verhängnis, weil natürlich jeder das mit ansehen konnte, wie er sich irgendwie so zugrunde richtet, ja schon fast. Und sich keine Freunde macht und irgendwie sich halt so absurd verhält, dass man das auch nicht mehr witzig finden kann eigentlich. Und hätte er das für sich im stillen Kämmerlein gemacht, dann wäre es ja sicherlich ganz anders gewesen. Und so ist natürlich jetzt dieser Unterschied zwischen, ich mache hier öffentlich meine Frau fertig, weil der hatte ja auch teilweise als Rabenmutter und als Control-Freak bezeichnet in seinen Insta-Stories. Und um so zu erklären, warum er nicht mehr mit ihr zusammen sein will. Und jetzt ist er plötzlich wieder mit ihr zusammen und die nähern sich oder haben sich wieder angenähert. Das ist natürlich dann so wieder von 100 auf 0 oder 0 auf 100, wenn wir jetzt sind. Und das macht natürlich jetzt gerade diesen krassen Unterschied so aus. Ja, total. Und er hat damals viele, viele, viele krasse Sachen gesagt, wofür er sich heutzutage auch wieder entschuldigt. Die haben wir jetzt hier nicht alle aufgelistet. Also er ist regelmäßig, finde ich, mit seinen Aussagen angeeckt, auch über Frauen und grundsätzlich. Also der hat einfach extrem viel, sorry, dass du klar sagen musst, Scheiße von sich gegeben in dieser Zeit. Und das merkt er, glaube ich, mittlerweile auch so langsam. Aber damals war es einfach so, und das war aber mein Eindruck über ihn, dass er einfach nur weg wollte. Also er hatte so dieses Bedürfnis, dieses ganz krasse Bedürfnis, aus irgendwelchen festen Strukturen auszubrechen. Sei es seine Beziehung, sein Alltag als Vater. Und ich hatte das Gefühl, er hat so eine ganz krasse Midlife-Crisis, eine Art Panik. Und er sagt ja auch selber, das Leben in Deutschland hat ihn depressiv gemacht. Und etwas hat in ihm geschlümmert, was er niemals rauslassen konnte. Und das hat er dann so, ja, völlig, in meinen Augen, völlig übertrieben rausgelassen. Er sagt natürlich bis heute, er bereut es nicht. Aber darüber sprechen wir auch wahrscheinlich auch später nochmal, dass es genauso kommen musste. Aber ja, also er hatte einfach eine totale Krise mit sich selber. Und ist dann nach Thailand abgehauen, hat seine Familie zurückgelassen. Er war dann, wie ich schon gesagt habe, zwischendurch wieder in Berlin. Das war, jetzt sind wir gerade im Juni 2023. Und da kam es auch zu einem Streit zwischen ihm und Alina. Nicht jetzt unbedingt, dass die beiden sich öffentlich auf Instagram gestritten haben. Aber das kam dann raus. Weil ihr erinnert euch wahrscheinlich an das Video, wie er weinte, als er seine Kinder nicht sehen durfte. Da stand er ja in Berlin vor der Villa. Und er hat wieder seine ganze Wut öffentlich gemacht. Und hat sich tierisch aufgeregt. Und am Ende des Tages durfte er dann doch seine Kinder sehen. Und ich kann übrigens auch verstehen, dass Alina vielleicht in dieser Zeit ein bisschen gezögert hat, wenn dein Mann so neben sich steht oder auf Drogen ist oder wie auch immer, dass du vielleicht auch einfach mal kurz überlegst, ob du möchtest, dass die Töchter den Vater so sehen. Weil was ja außer Frage steht, ist, dass er immer ein ganz tolles Verhältnis zu seinen Kindern hat und hatte. Und dass er sie über alles liebt, seine Töchter und sie ihn auch. Und da kann ich auch verstehen, dass die Mutter vielleicht ihre Kinder schützen möchte, den Vater nicht in so einem Zustand zu sehen. Er hat sie auf jeden Fall gesehen im Juni 2023. Und danach ging es für ihn wieder zurück zu Kate. Und das war auch diese Zeit, wo er sich den Kussmund hat tätowieren lassen, seiner Liebsten. Und den Namen an den Hals. Und man hatte so den Eindruck, okay, jetzt ist irgendwie mit den beiden, das wird jetzt richtig ernst. Und er konnte es zu Hause klären mit Alina. Und jetzt hat er sein zweites Leben. Also so war es so mein Eindruck. Er konnte zu Hause in Berlin seinen Stuff klären. Und jetzt hat er sein zweites Leben in Thailand mit Sexy Kate. Und auch dann der große Schock. Im September 2023 trennte sich Kate und Julian, ganz überraschend. Und die gebürtige Russin gab damals das Liebesaus in einer Instagram-Fragerunde bekannt, wie auch sonst. Natürlich, die haben ja alles über Instagram geteilt. Und der Grund war, sie sei schon seit einigen Wochen nicht mehr glücklich gewesen. Und für Außenstehende war das wohl kaum zu erkennen, weil die beiden wirkten unheimlich verliebt. Aber sie war es wohl schon lange nicht mehr. Sie sagte, dass sie mit Julian ihre Beziehung nicht vertiefen konnte, weil er sehr, sehr freiheitsliebend war. Und sie deutet damit natürlich an, dass er sich auch bei ihr nicht festlegen wolle. Und kaum war diese Trennung öffentlich, löschte Julian sein Instagram-Profil und tauchte erst mal wieder ab. Und die Kate gab damals ein Interview mit der BILD. Und das war natürlich die große Frage, wo ist Julian Zietlow? Weil er nirgendwo zu erreichen war. Und sie sagte auch, ich erreiche ihn auch nicht. Das liegt aber wohl daran, weil er ist in dieser Zeit nach Bali gegangen, um eine Ayahuasca-Zeremonie zu praktizieren. Und Ayahuasca ist ja diese hallozynogene Droge, also wieder diese sinneserweiternde. Und ich muss immer so lachen bei Ayahuasca. Und Nina verdreht gerade so die Augen. Weil ich habe das selber mal überlegt, ob ich das machen soll. Ich dachte ja immer, warum denn nicht? Mal gucken, was ich dann für Spirituelles da entdecke. Aber das Problem ist, seitdem wir über Julian Zietlow recherchiert haben, kann ich das nicht mehr machen. Ich kann nicht alle. Das sind voll Abtörner irgendwie. Ja, voll. Ja. Also ich stehe ja auf so spirituellen Kram bis zu einem gewissen Grad. So wie er das macht, tönt mich das schon wieder extrem ab. Weißt du, was ich auch glaube? Kurzer Einwurf. Ja, klar. Also generell, ich habe gar keine Erfahrung mit Drogen und ich kenne mich auch wirklich nicht aus. Deswegen ist das jetzt hier gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube halt, man muss schon gefestigt mit sich sein und mit seinen Grundsätzen und fein mit sich im Reinen sein. Weil sonst kann wahrscheinlich jegliche Droge auch irgendwie in komplett falsche Richtung einnehmen. Und wenn du dann so sinneserweiternde Sachen, wahrscheinlich auch wie Pilze und so, da kannst du dir halt echt üble Trips fahren, wenn du mit dir nicht fein bist. Und er war es ja offensichtlich nicht. Ja, und ich glaube auch, dass das dann echt irgendwie, das kann dann total abdriften und vielleicht werden dann auch Emotionen zu sehr getriggert, die vielleicht auch gar nicht getriggert werden müssten. Also kann ja auch sein, dass du alles viel schlimmer machst. Und was ich halt jetzt auch schon wieder so skurril fand in dieser ganzen Situation, dass Kate ja gesagt hat, sie sich getrennt haben oder dass sie sich von ihm getrennt hat. Er taucht unter, macht diese Ayahuasca-Kuh und dann meldet er sich dann doch irgendwann wieder zu Wort, zu dieser Trennung. Und ich zitiere, er hat wieder einen Instagram-Post abgesetzt. Wenn ich bleiben sollte, ich wäre dir nur im Weg. Also werde ich gehen. Aber ich weiß, ich werde bei jedem Schritt an dich denken. Das sind übrigens die Zeilen des Hits I Will Always Love You. Und das war seine Antwort auf Kates Trennung bei Instagram. Und ja, es war eigentlich eine Liebeserklärung, weil die Bilder, die sie ja dazu gepostet haben, waren natürlich die beiden auch küssend, tanzend, liebkosend. Also sehr, sehr, sehr wertschätzend. Und er schreibt dann auch noch, danke für die aufregendste Zeit meines Lebens und dafür, dass du mein Herz geöffnet hast und mir gezeigt hast, wie man fühlt. Ich werde dich für immer lieben. Ja, und dann wurde es richtig wild, weil eine weitere Story, dann wurde es nämlich ganz verwunderlich, postete er auch eine Erinnerung mit seiner Ex, Alina. Und es war ein Bild vom Abiball und der Hochzeit, wie sie sich küssen und umarmen. Und dazu schrieb er dann, meine Maus, danke, dass du mir die zwei wundervollsten Wesen der Welt geschenkt hast und mir den Rücken frei hielst, als ich meinen Genie erkannte. Und das war dann auch die Instagram-Story dazu. Ja, und als nächstes hatte man dann gesehen, dass er unter Kate, auch Alina, sich an den Hals hat tätowieren lassen und sagte halt, danke, meine Seelenverwandten, dank eurer Liebe kann nicht sein, was ich heute bin. Frei. Ja, ich weiß, damals, ich hatte das gesehen und da habe ich echt gedacht, so, mein erster Gedanke, ja, oder? Mein erster Gedanke war, ich glaube, der kriegt es nie wieder, der kriegt sich nie wieder in den Griff. Ich weiß nicht, was war dein Gedanke? Auch, auch. Also ich war dem Thema aber auch so ein bisschen zu dem Zeitpunkt ein bisschen überdrüssig, weil ich immer wieder dachte, jetzt kommt wieder was Neues. Und jetzt schon wieder. Und also so, wie ich eben die Augen gerollt habe, habe ich das in der Zeit auch fast regelmäßig dann gemacht, wenn irgendwo wieder was aufploppte. Deswegen habe ich dann irgendwann so ein bisschen Abstand davon genommen, weil ich so dachte, ey, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Die eine verlässt ihn und plötzlich postet er auch wieder seine Ex-Frau, die er vorher, oder seine, die waren ja nie geschieden, ne? Also seine, seine eigentlich ja Frau, die er vorher so schlecht gemacht hat. Und ich, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, das ist einfach nur noch so ein Kasperle-Theater hier eigentlich. Ja, irgendwie, irgendwie schon. Es war immer so ein Hin und Her und, aber man muss da aber auch dazu sagen, er hat immer sehr, sehr, sehr liebevoll gesprochen über beide. Und im Oktober traf er sich dann auch nochmal mit Kate. Laut Instagram war es wieder wonderful und crazy und wir lieben uns und wir wünschen uns alles Gute für den ganzen Weg. Aber wir beide haben keinen gemeinsamen weiten Weg. Ey, und da habe ich echt immer gedacht, mein Gott, ey, du stehst so, ich weiß nicht, du nervst mich so, wie du schon sagst, Nina, ne? Mach halt einfach deinen Shit und lass es doch mal aus Instagram raus. Aber gut, das kann er halt nicht, merkt man ja bis heute. Und dann zwei Monate später, und da musste ich richtig lachen, weil da merkt man nämlich, es geht dem Mann halt eben nicht gut, kam plötzlich die Schlagzeile, ich zitiere, Prügelattacke, Julian Zietlow soll auf ehemals besten Freund losgegangen sein. Und nicht nur so, hoppla, was ist denn jetzt los? Der ganze Mr. Lovebird, auf einmal soll er prügeln, oder wie? Und eine Podcasterin, Brittany Bond, soll Julian Zietlow und Ferdi, beziehungsweise sie war mit Ferdi, das ist dieser Ferdinand, von dem wir am Anfang gesprochen haben, er hat Julian auch das erste Mal so ein bisschen mit Drogen in Verbindung gebracht, by the way. Und sie war mit Ferdi am Strand spazieren und Julian Zietlow soll die beiden überraschend attackiert haben. Die Podcasterin Brittany hat natürlich nichts Besseres zu tun, als während diesem angeblichen Angriff ihr Handy zu zücken und das Ganze zu filmen. Ich habe da so ein paar Screenshots von gesehen, es sieht halt immer schon wieder so gestaged aus, dass ich mich schon wieder frage, ob das wirklich stimmt. I don't know, gehen wir mal davon aus, es stimmt, was sie sagt. Und sie lud natürlich dann auch wieder alles bei Instagram hoch und schrieb dazu, er hat gesehen, dass ich gefilmt habe und ist auf mich losgegangen. Er hat mich am Hals gepackt, ist auf meinen Rücken gesprungen, hat versucht, mir das Handy wegzunehmen. Und dann ging es noch weiter. Er hat mir gedroht, uns zu finden und uns umzubringen, wenn wir wieder darüber sprechen. Und ich finde auch diese Brittany Bond und auch dieser Ferdi sind auch nicht so ganz, sind nicht so einfach. Da finde ich auch beides sehr schwierige Charaktere mit ihrem Podcast. Also die sind auch irgendwie fernab von jeglicher Realität, meiner Meinung nach. Und Ferdi war halt wohl anfangs ein sehr, sehr guter Freund von Julian, eine Art Mentor. Und wie ich gerade schon sagte, hat ihn das erste Mal mit diesen psychodelischen Drogen in Berührung gebracht. Ja, und wenn man sich das alles so anhört, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist es doch irgendwie nur wirr und hochdramatisch. Und ich muss immer, merkt man ja auch nie noch, ich muss zwischendurch immer wieder lachen und irgendwie so richtig ernst nehmen kann man es nicht. Und jetzt kommt nämlich das, wo ich wirklich völlig, wo ich echt gedacht habe, so jetzt pfeift mein Schwein komplett. Und also mehr geht doch eigentlich nicht. Aber liebe Leute, mehr geht, weil im Dezember kam dann nämlich die nächste Schocknachricht. Kate, ne? Seine spirituelle Ehefrau ist verlobt. Nach drei Monaten nach der Trennung, ne? Zack, verlobt. Und dann, das ist ja in Ordnung, aber dann auch so mit wem? Und zwar ausgerechnet mit einem sehr, sehr, sehr engen Freund von Julian. Und es soll wohl so abgelaufen sein, dass ganz kurz nach der Trennung, das muss man sich mal reinziehen, ganz kurz nach der Trennung hat der beste Freund oder ein sehr, sehr guter Freund von Julian, ein und er ist übrigens auch Schamane, Kinam Truong. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, um die Hand von Kate angehalten und sie hat ja gesagt. Also, als ich das schon wieder gelesen habe, dachte ich so, okay, bedeutet, der war wohl scheinbar die ganze Zeit hinter Kate her, hat nur auf seinen Schuss gewartet. Kate und Julian trennen sich und er direkt so, okay, let's go, ich muss da jetzt rein. Zack, Antrag gemacht. Und auch so, ich habe dann auch bei ihm im Instagram und bei ihr so, er war so voll stolz, hat ein Video gemacht mit ihrem Ring und du guckst dieser Frau in die Augen und da steht auch in so ein paar Kommentaren da drunter und denkst so, du fragst dich wirklich, ob sie das auch ernst meint, ob sie auch so verliebt ist. Ich finde, sie wirkt nicht so in Love, aber wer bin ich sozusagen, wie man auszusehen hat, wenn man verliebt ist. Und ja, die beiden sind jetzt verlobt und da fragt man sich natürlich, was hat Julian zu dieser ganzen Neuigkeit gesagt und wahrscheinlich ja nichts Gutes. Und er war nämlich schon von Anfang an von dieser Beziehung von Kate und Kinam alles andere als angetan und er bezeichnete sogar seinen Ex-Kumpel oder Ex-Freund. Und seine spirituelle Ehefrau, seine ehemalige, als Ratte und Trash-Braut. Also er hat auch wieder krass über die bei Instagram abgelassen. Er hat ja immer alles, immer direkt, alles von Gedanken direkt in die Welt raus. Weißt du, normalerweise, ich hatte letztens so einen Kommunikations-Workshop und da habe ich gelernt, nicht in der Wut kommunizieren. Also es gibt so eine Wutkurve und nicht dann schreiben, texten, sondern mal kurz durchatmen und dann klare Gedanken fassen. Und das hat Julian, glaube ich, nie gelernt. Also Julian immer Energie hoch, Emotionen hoch und raus und beleidigen. Und sie hat sich jetzt auch vor einer Woche, sieht man auch bei Instagram, heute von der Woche, seine Initialien entfernen lassen. Also sie hat nämlich JZ auf dem Unterarm tätowiert und schreibt bei Instagram, I'm done with the sickness. Also ich bin jetzt diesem Übel leid und hat es weggemacht. Und ich dachte schon so, oh mein Gott, übelster Stress. Ja, aber anscheinend ja nicht. Das erzählte mich Nina gleich. Weil Nina, du hast es vorhin schon bei mir angeteasert, weil ich habe dich natürlich gefragt, ey, wie sieht es aus? Ist Julian jetzt mit dem Schamanen und Kate wieder befreundet? Oder was ist da der Stand zum einen? Und was ist mit Alina? Also wie können die beiden nach dem ganzen Shit einen Neuanfang wagen, wovon ja jetzt gerade die Hälfte war? Die andere Hälfte ist in Folge 81. Also wie haben die wieder zusammengefunden? Ja, also ich versuche eine kleine Chronologie aufzustellen, weil genau das habe ich mich natürlich auch gefragt. Wie konnte es dazu kommen? Wie ist das genau abgelaufen? Man kann oder konnte beobachten, dass das so ein bisschen ab Mitte Februar, so ja ab Februar, da bahnte sich das schon so ein bisschen an. Denn Mitte Februar hat Julian bekannt gegeben, dass er sich, also natürlich auch via Instagram, wo auch sonst, dass er sich mit seiner Ex Alina und den beiden Töchtern im Urlaub in Dubai befindet. Da sagt er dann in seiner Story, er habe mit den beiden Mädels in einem Bett geschlafen und einen schönen Tag mit denen verbracht und alles sei total schön gewesen. Da waren natürlich dann auch schon irgendwie alle Followerinnen etwas oder die meisten etwas irritiert, weil vorher war er irgendwie kontra Alina und hat die so schlecht gemacht und auf einmal sind die irgendwie im Happy-Family-Urlaub. Und da sagt er dann auch, äußert er sich auch zu und sagt, er habe Alina vorher gefragt, ob er mit nach Dubai kommen könne. Und sie, so erklärt er sich das, habe in dem Moment wahrscheinlich gemerkt, dass er das ernst meint und auch der Kinder wegen kommen möchte und dem eben zugestimmt. Und dann gingen auch relativ schnell schon Gerüchte um, dass die beiden wohl knutschend auch in Dubai gesehen wurden. Es gab nämlich dann einige Fragen unter einem Post von Alina aus der Zeit, da sieht man sie vor dem Burj Khalifa und da schreiben dann Leute drunter, knutsch du wirklich wieder mit Julian rum, also sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Also viele Leute waren interessiert an der ganzen Geschichte und deuteten halt immer wieder darauf an, dass einige Leute die wirklich küssend in Dubai gesehen haben. Und zu diesem Zeitpunkt ungefähr, also auch im Februar, gibt es dann einige Storys auch von Julian wieder, wo er so ein bisschen davon erzählt, dass er die ganze Zeit an seiner Entscheidung, seine Familie zurückgelassen zu haben, irgendwo gezweifelt hat. Also da kommen wir auch zu dem, was du eben schon in den Raum geworfen hast, so hat er es bereut, wie hat er sich irgendwie gefühlt? Er bereut die Zeit nicht, dass er so ausgebrochen ist und dieses letzte Jahr irgendwie, vor allem die Zeit in Thailand, also das bereut er nicht, das sei nämlich eine Heilungsphase gewesen. Aber genauso ist er froh, dass irgendwie, ja, das wie so nennt er es, nahtloser Übergang ist. Also dass er dann wieder Kontakt zu seiner Familie hat und irgendwie dann doch wieder alles irgendwie sich gut und normal anfühlt. Aber für ihn hätte es in dem Moment damals keine andere Möglichkeit gegeben. Also er musste da raus, es gab keine Alternative und das war eben sein Weg, sagt er, damit umzugehen. Und es täte ihm, warte kurz, Fred, es täte ihm auch Leid für die Schmerzen, die er verursacht hat, vor allem Alina und eben auch den Kindern gegenüber. Und er hat ja auch, das darf man auch nicht vergessen, er hat ja auch so krass gegen Alinas Familie gehetzt. Der hat ja die Schwester von Alina so fertig gemacht und die ganze Family eigentlich. Und da sagt er eben, das wäre auch hauptsächlich daraus gekommen, dass er so Angst hatte, die Kontrolle über seine Kinder einfach zu verlieren, dass er einfach den Zugang irgendwie verliert. Und so ein bisschen kann man das ja sogar nachvollziehen. Also Menschen in Angst und in Panik, die reagieren dann manchmal irrational. Sein Problem, was er eben schon sagte, war einfach nur die Tatsache, dass oder nicht, also nicht nur, aber hauptsächlich, dass er all das immer via Instagram gemacht hat. Und ich meine, wenn er Streit mit Alinas Familie haben möchte oder irgendwen, den was stört, dann klärt es bitte untereinander. Und nicht vor, weiß ich nicht, wie viele Tausenden von Followern, da hat es einfach nichts zu suchen. Ja, total. Und es ist halt, ich bin immer so hin und her gerissen, weil wenn er sagt, es war der einzige Weg für ihn, mit dieser ganzen Situation umzugehen, und er muss halt mal ausbrechen, da muss man halt auch irgendwie Verständnis dafür haben. Ich finde halt die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist halt einfach unter aller Kanone. Und ich bin ja froh, dass er zu der einen sich gelangt ist und sich entschuldigt, dass er sieht, was er für einen Schaden angerichtet hat. Aber dieses, ja, aber es ging nicht anders, finde ich halt auch schon wieder so ein bisschen egoistisch, weil natürlich wäre es anders gegangen. Vor allem finde ich halt, ja, also man muss da, glaube ich, wirklich differenzieren zwischen, was ging denn nicht anders? Wolltest du einfach mal raus, dich selbst wieder finden, man hat sich vielleicht, oder er hat sich dann in dem Moment vorher verloren gefühlt und musste irgendwie wieder zu sich finden. Fein. Finde ich gut sogar, die Stärke zu haben, dass man sagt, man muss irgendwie zu diesem Punkt erstmal kommen. Aber es ist eine Sache, ob du mit irgendeiner Frau, die halbnackt in deinem Instagram-Account die ganze Zeit rumläuft, ihr öffentlich irgendwie da wild rummacht und das alles dokumentiert, sodass das alle sehen können. Der hat ja am laufenden Band Aline eigentlich gedemütigt. Und ich finde, das ist halt ein völlig, ein völliges, verschiedenes Paar Schuhe eigentlich, ne? Sich selbst finden, sich selbst heilen, wie auch immer, finde ich alles okay, alles irgendwo bis zum Stück nachvollziehbar. Aber das andere, das geht halt gar nicht. Einfach respektlos. Und ich finde jetzt, bevor du jetzt auch weitererzählst, ich finde das krass von Alina, dass sie ihn so schnell wieder zurückgenommen hat. Also, dass sie schon in dem ersten Urlaub wieder knutschend gesehen worden sind. Also, was ist denn auch so ein bisschen mit Self-Respect? Ja. Das ist alles sehr, sehr, sehr fix. Tatsächlich, ja. Weil das, was du sagst, das sehen einige andere Menschen und Followerinnen auch so. Es ging nämlich dann weiter. Also, das war jetzt alles im Februar. Im März konnte man auch weiter beobachten, dass immer mehr so Familiencontent gepostet wurde. Auf einmal waren sie wieder zusammen unterwegs, die Kinder, wie auch immer. Im April, kann man sagen, haben sich beide bis zu dem Zeitpunkt natürlich irgendwie noch nicht öffentlich dazu geäußert. Man sah es immer irgendwie so zwischendurch, aber es folgte noch kein Statement oder so. Und dann hat Alina in ihrer Story am 9. April gepostet oder erklärt bei so einem Q&A, dass sie so Klatsch- und Tratsch-Sachen gar nicht sich angucken würde. Und sagt dann auch, Zitat, die Geschichten dort, die stimmen ja zur Hälfte gar nicht. So viel ist erfunden und wir vergessen, dass dort Menschen dahinter stecken, die Gefühle haben. Seid empathisch und nicht sensationsgeil. Ja, das war natürlich dann wieder so ein Anlass, dass alle irgendwie gedacht haben, okay, finde ich auch richtig. Ist ja auch alles völlig in Ordnung. Sie ist halt auch smart. Also, die führen ein riesiges Wirtschaftsunternehmen, Rockernutrition. Die ist nicht auf den Kopf gefallen, die Frau. Das hat man nicht vergessen. Sie ist nicht irgendeine blöde Influencerin, die Lust hat oder, wie soll ich sagen, auch gerne Aufmerksamkeit erhaschen möchte oder so. Sondern die kann schon, glaube ich, sehr wohl und gut ausgesichtigt mit Worten ausdrücken. Ja, wobei man halt, aber da kommen wir, da sprechen wir am Ende drüber. Ich mache erst mal weiter, weil dann nämlich Julian, das muss ungefähr Ende April gewesen sein, hat er auf einmal alle seine Posts bei Instagram gelöscht. Und, also, das ist jetzt ungefähr sechs Wochen her, das erste Bild halt wieder, wie gesagt, in dem Zeitpunkt dann. Und der erste Post ist auch er im Auto, der weint, weil die ältere Tochter Lilly im Hintergrund zu hören ist, wie sie sagt, wenn du dir vertraust, Papa, dann schaffst du alles. Also, es ist eigentlich total süß, was sie sagt. Und er weint dann aber wieder und filmt das alles. Also, es ist irgendwie schon wieder so ein bisschen, dass man so denkt, hä, was passiert da gerade? Dann hat er eine Story aus dem Flugzeug irgendwie gepostet, wo er erklärt, dass er seine Kinder unterschiedlich lieben würde. Was natürlich dann auch schon wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, wie man überhaupt sowas öffentlich irgendwie verbreiten kann. Er wüsste selber nicht, woran das liegt, sagt er dann. Vielleicht am Alter, so erklärt er es sich, weil die eine würde er halt schon länger kennen. Und eine würde eher nach Alina kommen, die andere wie er sein, eher sensibel. Und redet sich da so ein bisschen im Kopf und krank, ne? Und da denkst du dir einfach nur so, ey, selbst wenn es so ist, behalte es doch für dich. Weil das Internet vergisst nicht. Und er spricht halt beim Therapeuten. Ja. Und weißt du, die Mädels, die sind jetzt vielleicht noch nicht in dem Alter, dass die das verstehen, was der da von sich gibt. Aber irgendwann sehen die das vielleicht und dann hörst du auf einmal, wie dein Vater vor weiß ich nicht, wie viele Tausenden von Followern irgendwie sagt, ja, die eine habe ich lieber als die andere. Also, das ist schon irgendwie Kacke. Kann man gar nicht anders sagen. So, dann kommen wir in den Mai. Da kann man immer weiter auch schon beobachten, dass die immer mehr Zeit miteinander verbringen. Auch als Familie, also an Mutter- und Vatertag zum Beispiel, sieht man die immer zusammen. Er postet sehr viele Storys, da sieht man auch Alina im Hintergrund, wie sie aber immer noch so ein bisschen zurückhaltend ist. Aber trotzdem, sie sind halt zusammen. Und dass er dann, jetzt wird es wieder absurd, also ich versuche nicht zu lachen dabei, dass er nämlich wieder mit Alina zusammen sein möchte, das wurde ihm dann Ende Mai klar. Das hat er auch in einem Interview mit der BILD dann gesagt, kurz bevor er dann nämlich weinend vor Alinas Haustür oder vor deren Haustür eigentlich stand. Das hat er natürlich, wie soll es auch anders sein, auch gefilmt und gepostet. Es ist ein absurdes Interview. Er filmt sich so von unten und man sieht ihn, wie er mit zitternder und flüsternder Stimme vor der Tür steht und sowas sagt wie, es tut mir leid, du bist meine Frau. Ich will mit dir glücklich zusammen sein. Du hattest immer recht. Und dabei zittert wirklich seine Stimme so und es ist so, also es ist so, ich habe gar keinen Begriff dafür. Ich war fassungslos, als ich mir das angeguckt habe. Ich habe, als ich es gesehen habe, es sind halt so rohe Emotionen. Also ich glaube schon, dass ihm komplett die Reue da so ein bisschen, ihm wird da auf einmal alles bewusst und wie er auch sagt, du bist meine Frau. Und ich glaube, dass er es in dem Moment schon wirklich einfach nur extrem leid getan hat, was er dieser Frau angetan hat. Dass er es schon wieder filmen muss von unten. Ich frage mich in so einem Moment, ist das echt der echte Moment? Oder ist das so nachgestaged? Oder ist das nachgestaged? Also nachgestaged ist dann Respekt, ne? Ja, aber weil er hat ja nichts Besseres zu tun, als ich dabei, als ich zu filmen die ganze Zeit. Das ist ja, ich würde auch als Frau, ich würde sagen, hör mal, du entschuldigst dich hier gerade bei mir alles. Hört mir alles so leid. Du hast ein Handy, dann kannst du bitte das Handy weglegen. Ja, genau. Das ist aber vielleicht, also ich glaube, wir können das nicht verstehen, weil das ist natürlich deren Leben. Am Ende ist Instagram und die Vermarktung von deren Leben ist deren Leben eigentlich, ne? Und damit verdienen die natürlich auch Geld. Und ich kann mir schon vorstellen, deswegen bin ich so froh, dass ich in dieser Bubble gar nicht unterwegs bin, dass du irgendwann so krass abstumpfst, dass du einfach, egal was du tust, immer drauf hältst. Und dass du gar nicht mehr realisierst und merkst, dass du eigentlich in einer sehr intimen, emotionalen Situation, so wie der da eben jetzt vor der Tür steht und sich beim Weinen filmt, dass das eigentlich da kein Handy was zu suchen hat, ne? Ja. Aber ja, er hat's getan, darunter steht noch der Titel, danke, dass du mich nie aufgegeben hast, obwohl ich dir Unmenschliches angetan habe. So, und ich hab natürlich dann gedacht, okay, ich guck mir mal ein paar Kommentare da drunter an, ne? Weil, klar, so wie er das in die Welt hinaus posaunt, da kommt natürlich auch was zurück. Und man kann wirklich erkennen, dass die meisten Followerinnen echt fassungslos sind. Teilweise sind welche auch natürlich amüsiert, so wie wir ja wahrscheinlich auch. Sie sprechen irgendwie von einer Staffel 3 von mir und Alina und irgendwie passt das so ein bisschen auch zu uns, weil wir haben gerade hier Folge 3 und irgendwie ist das so eine andere Geschichte jetzt plötzlich wieder. Es gibt dann weitere Posts von ihm, da spricht er von Neuanfang, das sei einfach Liebe zwischen den beiden. Dann läuft er durchs Haus, filmt Fotos von den beiden ab, zeigt irgendwie Kissen auf dem Sofa, wo auch so Bilder, Fotos von denen abgedruckt sind. Dann läuft er weiter und alles mit so einem schnulzigen Love Song natürlich irgendwie unterlegt. Und dann läuft er in so einen Flur rein und dann kommt Alina aus einem Zimmer raus und hat so eine Box in der Hand und da holt sie dann, oder da hat sie offenbar die Eheringe verstaut. Und dann ziehen die sich, die so bedeutungsschwanger, diese Ringe wieder an und du denkst dir einfach nur so, ja, was passiert hier gerade? Also alles irgendwie ist ja nett, aber macht es halt bitte irgendwie unter euch so. Und oft hätte ich Bock auf so einen Heulenden stets, also was sie auch mit dem mitmacht. Ja, das ist... Also sie muss ihn wirklich lieben. Sie muss ihn wirklich lieben und sich sagen, hör zu, das ist der Vater meiner Kinder, wir reißen uns jetzt zusammen, der hat eine komplette Crisis und ich bin jetzt an seiner Seite und hole ihn da raus. Also wirklich, ich habe immer wieder Respekt vor dieser Frau, dass sie das mitmacht, obwohl ich es echt langsam nicht mehr nachvollziehen kann. Nee. Und genau das passt jetzt auch zu dem, was jetzt passiert, nämlich im Juni postet sie auch vermehrt dann wieder mehr Fotos mit ihm, auch wie die sich küssen und so. Und auch von den Kindern, die die eine Zeit lang ja immer unkenntlich gemacht haben. Jetzt werden die öffentlich gepostet, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Kommentare darunter sind eindeutig, aber auch das gleich. Erstmal ihr Post vom 13.06., also relativ aktuell, wo sie sagt, immer wird es einen Menschen in deinem Leben geben, der andere Entscheidungen treffen würde, als du es tust. Der Unterschied, er muss mit deinen nicht leben. Klar kannst du alles mit deinem Verstand erklären oder dir deine Ängste aus der Vergangenheit einladen. Doch dann treffe ich Entscheidungen, wie ich sie immer getroffen habe, ganz rational und faktenbasiert. Diesmal war es ganz klar mein Gefühl, was mich diese Entscheidung hat treffen lassen. Und natürlich auch Julians Worte und seine Entwicklung die vergangenen Monate. Dazu sagt sie dann noch, was ihre Followerinnen auf Instagram sehen würden, sei immer nur ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert und entspreche mal mehr, mal weniger der Wahrheit. Und am Ende noch das Zitat, am Ende entscheiden nur die beiden Menschen, die es betrifft, denn auch die haben beide ihre eigenen Wahrheiten und treffen sich wieder oder eben nicht. Irgendwo ja richtige Worte und man kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber trotzdem, ja man ist trotzdem so mit all dem im Hinterkopf, ja dann doch irgendwie, dass man da sitzt und denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und eine Followerin hat zum Beispiel auch darunter geschrieben und das ist mir irgendwie so krass in Erinnerung geblieben. Frauen, die von ihren Männern geschlagen und gedemütigt werden und immer wieder zurückkehren, argumentieren genauso wie du, Alina. Das, was er getan hat, war psychische Gewalt vom Allerfeinsten. Deswegen reagieren 90 Prozent der Menschen, die hier kommentieren, auch so fassungslos. Gewalt hat viele Gesichter. Es gibt gute Literatur zu dem Thema. Boah, das bringt es, finde ich, sehr auf den Punkt. Ja, finde ich nämlich auch. Und ich habe natürlich irgendwie zwischendurch immer wieder irgendwie versucht, mich in ihre Lage versetzen zu können oder so drüber nachgedacht, wie ich in der Situation gehandelt hätte. Und ich finde halt, das haben wir auch eben schon gesagt, da wiederhole ich mich jetzt gerade nochmal kurz, ist halt einfach, dieses ist eine Sache, ob er ausbrechen will und sein Leben hinterfragt und irgendwie einmal irgendwie raus muss. Oder aber, ob der da öffentlich seine Frau fertig macht, ob die demütigt, indem er mit einer anderen die ganze Zeit rummacht und das der Welt zeigt. Und ich glaube, das wäre etwas, da wäre spätestens ich irgendwann, hätte ich gesagt, ganz ehrlich, nee, tschüss. Und klar, das macht sie sicherlich jetzt auch gerade der Kinder, also auch der Kinder wegen, die sind ja auch irgendwo da im Spiel und haben sicher ihren Vater vermisst. Aber nichtsdestotrotz ist es so, auch wie du eben schon sagtest, Friedi, diese Schnelligkeit jetzt irgendwie, ne? Auf einmal ein paar Monate vergehen ins Land und sie sind wieder eine Happy Family, als wäre nie etwas passiert. Und das kann man nicht begreifen. Nee, und dieses Trauma, das sie ja auch als Familie erlitten haben, er hat sie ja traumatisiert. Die Familie, stell dir mal vor, du bist ein kleines Mädchen und dein Vater haut auf einmal ab. Der hat sie ja wirklich, das war ja fluchtartig, ist der ja abgehauen nach Thailand für über ein Jahr, anderthalb Jahre mal, ja, mal zu Hause, mal nicht zu Hause. Wahrscheinlich hat die Mutter extrem viel geweint und dann ist er plötzlich wieder da und plötzlich ist wieder Happy Life. Und ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das alle so schnell verarbeitet haben. Und boah, ich weiß nicht, wenn mir sowas angetan werden würde, was ihr angetan wurde, also das hätte sich nicht für mich innerhalb von zwei, drei Monaten wieder erledigt. Und jetzt ist es auch so, und das ist auch das Absurde, es sieht wirklich so aus, als würden die wieder ein ganz normales Leben miteinander führen. Also der wohnt wieder da im Haus, die zeigen ihren normalen Familienalltag, haben Dates miteinander, er bringt die Kinder zur Schule, was ihm aber wohl auch schon wieder irgendwie zeitweise zu viel ist oder wurde. Denn er hat vor ein paar Tagen in der Story gefragt, ob irgendwer für ihn die Kinder zur Schule beziehungsweise zu Kita bringen möchte, weil ihm die Uhrzeit zu früh sei. Also er möchte so früh eigentlich nicht aufstehen. Da packst du dir auch schon wieder irgendwie an den Kopf. Und irgendwie, ja, man fragt sich halt die ganze Zeit, wie ist das überhaupt möglich? Wie kann man, wie kann das jetzt auf einmal plötzlich alles so schnell gehen? Und auch, wie ist der Kontakt zu ihrer Familie, weil das darf man ja auch nicht vergessen, wie wir eben schon gesagt haben, er hat die ja auch irgendwie angegriffen öffentlich. Da hat er sich auch zugeäußert, hat gesagt, derzeit habe er keinen Kontakt zur Alinas Familie, jedenfalls noch nicht. Im Moment geht es nur um uns beide. Wir sind beide neue Menschen. Ich verliebe mich gerade in eine ganz neue Frau. Dann kommen die Kinder und dann kommt die Familie, die ich sehr liebe. Und es tut mir leid, dass ich um mich geschlagen habe, aus Angst, Lilly zu verlieren. Es tut mir leid. Sprich doch immer nur von Lilly, ne? Ja, ja, immer nur von der Älteren. Und sagt dann dazu noch, Alina sei jetzt die Frau, die er sich besser nicht hätte backen können. Da habe ich auch so ein bisschen drüber gestolpert, weil es irgendwie... Ja, weil sie jetzt die Frau ist, wo er, ihm ging es ja auch darum, endlich frei sein zu können und gewisse Sachen ausleben zu können. Ob das jetzt seine Drogensachen sind. Andere sagen Naturheilkräuter. Wir bezeichnen es jetzt mal weiterhin als Drogen. Diese sinneserweitenden Dinge. Oder ob das dann irgendwie... Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist so sein Sex-Drive. Und jetzt hat er vielleicht eine Frau an seiner Seite. Oder denkt er, die das mitmacht und akzeptiert und ihn so lässt, wie er ist, in seinen Augen. Und vielleicht denkt er sich deswegen, ach, jetzt ist die perfekt für mich. Weil jetzt kann ich hier, kann ich so weitermachen und meine Zeremonien im Garten abhalten. Und was auch immer. Und die Alina, die toleriert das alles. Was für eine tolle Frau. Ja, es ist total. Vor allem, sie toleriert es nicht nur. Sie macht es ja sogar auch mit. Das erzähle ich euch gleich noch. Erstmal will ich noch kurz einmal auf die Tattoos auch eingehen, von denen du eben schon gesprochen hast. Weil Kate sich das ja von ihm hat entfernen lassen. Er hat ja, wie gesagt, auch mehrere. Und auch dieses absurde I am God hier auf der Brust und so. Das hat er ja auch noch. Da wurde er natürlich auch in einem seiner unzähligen Q&As nachgefragt. Und hat dann seine Followerin noch abstimmen lassen. 49 Prozent waren der Meinung, dass der Mund und der Name von Kate weg sollen. Und er hat sich aber noch nicht so wirklich dafür oder dagegen entschieden. Also keine finale Entscheidung bisher getroffen. Stand jetzt hat er also diese Tattoos noch. Und ich mache jetzt hier so ein bisschen Sherrypicking. Weil das ist wirklich, wie gesagt, er postet so viel den ganzen Tag lang. Und ich könnte jetzt hier Stunden über Stunden über die Storys reden. Ich habe mir jetzt die krassesten, die mir so im Kopf geblieben sind, rausgepickt. Weil er hat auch vor einigen Tagen eine Umfrage gemacht. Geht da auf die Kommentare seiner Followerinnen ein. Die teilweise halt wirklich ja ihn kritisieren. Und halt eben sagen, ey, das, was da passiert, ist überhaupt nicht cool und gar nicht richtig. Und das ist jetzt hier noch irgendwie milde ausgedrückt, wie ich das wiedergebe. Das hat ihn dazu veranlasst, eine Umfrage zu machen. Wer ist schlimmer? Und dann konnte man auswählen zwischen Hitler oder Julian. Und dann folgt eine ganz wilde Erklärung. Er imitiert die Art und Weise, wie Hitler gesprochen hat. Es ist maximal irritierend. Da fängt er nämlich an zu erklären, warum er diese Umfrage jetzt macht. Eben weil er so viel Kritik von seinen Followerinnen bekommt. Deswegen hat er jetzt diese Umfrage gestartet. Und erklärt das halt in so einer Hitler-Imitation. Und du guckst es dir einfach an und denkst dir so, das kann alles nicht wahr sein. Das kann alles nicht wahr sein. Das ist schon wieder so absurd. Und man kann es nicht begreifen. Mir fehlen wirklich die Worte dafür. Und ich finde, es ist eine Sache, wenn eine Familie wieder zusammenfindet, wo kleine Kinder im Spiel sind. Das finde ich alles schön und gut. Und das hat auch seine Berechtigung. Aber dieser Typ postet wieder so Gagga-Sachen zwischendurch, dass ich denke, den kannst du eigentlich nicht auf so kleine Mädels loslassen. Das geht überhaupt nicht. Und jetzt geht es nämlich weiter. Das, was du eben auch schon sagst, der ballert sich halt die ganze Zeit da dieses komische Rapet-Zeug in die Nase. Ich weiß gar nicht, was man am besten dazu sagt. Die blasen sich das in die Nase. Die ziehen sich das in die Nase. So ein Pusen und ziehen gleich. Genau. Es ist total, also ich erkläre auch gleich nochmal, was das ist, weil ich mich das gefragt habe. Aber das postet er fast jeden Tag. Alina ist auch mit dabei, teilweise zu sehen. Sie sitzt dann irgendwie oder kniet vor ihm, bläst ihm das mit Hilfe von diesem Gerät in die Nase. Und darunter schreibt er, Alina bläst wie keine andere. Und du denkst dir einfach so, wie alt bist du, 14, gerade in die Pubertät gekommen? Also was ist denn los mit dir? Dann postet er sich singend und irgendwie wie in Trance sitzt er im Garten, hat dann dieses Vape-ähnliche Ding in der Hand. Das nimmt er dann die ganze Zeit und spricht dann auch darüber. Der vermarktet das mittlerweile auch, verkauft das über irgendeine Perle. Und du denkst dir einfach nur so, Gott, das kann doch alles nicht wahr sein. Und sagt dann so Sachen wie, es sei das unfassbarste, geilste Tool, das dich sofort in den Moment bringt. Und hier in meinen Notizen steht gerade einfach nur mit ganz großen Buchstaben, hä? Weil genau das war meine Reaktion. Hä? Was? Hä? Also das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich nicht. Und dann versucht er es zu erklären und sagt halt, du kannst nicht an morgen denken, du kannst nicht an gestern denken, du bist im puren Moment. Also ich versuche es jetzt einmal in anderen Worten irgendwie zu erklären. Dieses Rape-Zeug, was du dann nimmst, soll dich in einen Zustand bringen oder an ein Gefühl erinnern, was man als Kind hat. Man hat dann erst Chaos in sich, aus diesem Chaos resultiert Entspannung und dann irgendwann Sorglosigkeit. Diese Sorglosigkeit, die man als Kind halt hat. Du bist halt einfach zugedröhnt und dich interessiert morgen nicht und dann interessiert der Tag gestern nicht. Wie man halt ist, wenn man bekifft ist oder auf Drogen. Also du chillst halt und bist halt im Moment. Ja, genau das ist es. Und irgendwie, ich finde es einfach so komisch, dass er sich da auch die ganze Zeit bei filmt, dann kommt die nächste Story, fängt er wieder fast an zu heulen oder heult dann auch. Aber wenn die Kinder das später sehen, ist das so unangenehm. Genau, das meine ich. Ja, und ich meine, da sitzen beide Elternteile im Garten und ziehen sich dieses Zeug durch so ein Instrument da irgendwie gegenseitig in die Nase rein. Und er erinnert sich dann auch an den Moment, wo irgendwie Alina mit auf Koh Phangan mit den Kindern war und er dann denen gesagt hat, sie sollen bitte gehen. Und dann sind sie mit der Fähre losgefahren. Und dann erinnert er sich da wieder zugedröhnt dran, fängt an zu weinen. Dann erklärt er im nächsten Moment aber auch, dass er es machen musste. Erzählt dann noch, dass es weibliches und männliches Rapé gibt. Da bin ich dann ausgestiegen und habe gar nichts mehr verstanden und habe dann erst mal gegoogelt, was ist eigentlich Rapé? So, falls ihr euch das auch fragt, hier die vereinfachte Antwort. Rapé ist eine heilige Medizin aus dem Amazonasgebiet, die von indigenen Stämmen für spirituelle Zeremonien und für Heilszwecke verwendet wird. So, das ist ja nichts Unübliches. Das kennen wir ja schon. Also es ist am Ende irgendwie eine Heilpflanze. Genau, aber eine komplexe Mischung aus verschiedenen Pflanzen. Ja und vor allem, also natürlich haben die Sachen eine heilende Wirkung und die indigenen Völker nutzen das für spirituelle Sachen, um dann in Trance zu sein, zu meditieren, zu tanzen, was auch immer. Sie nutzen es aber halt nicht jeden Tag. Also ich will damit sagen, das sind Sachen, die werden für spezielle Zeremonien genutzt, die man mal macht. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man das mal nimmt. Oder auch Ayahuasca vielleicht mal macht. Aber diese Regelmäßigkeit, das ist halt auch einfach gefährlich irgendwann. Ja, so wie wahrscheinlich jegliche Droge oder jede Substanz, die dein Empfinden verändern kann. Ja und das ist auch irgendwie so ein Disrespect und ich will jetzt nicht sagen kultureller Missbrauch, aber irgendwie, ich finde das auch so, weiß ich nicht. Ich finde es auch immer so disrespectful, wenn irgendwelche alten indigenen kulturellen Völker solche Zeremonien abgehalten haben, die bei denen wirklich schon seit Jahrhunderten verankert sind, die einen ganz bestimmten Zweck haben, wenn dann wir da hinkommen, das nehmen und für uns, weißt du, das ist so, das weiß ich, fühlt sich immer komisch an. Ich bin da kein großer Fall geworden. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, irgendwie schon. Es ist auf jeden Fall, also es ist alles irgendwie sehr fragwürdig. Aber um nochmal auf Rappé zurückzukommen, der Hauptbestandteil von diesen verschiedenen Pflanzen ist eigentlich ein Bestandteil, der heißt Nicotiana rustica, also ein starker Tabak eigentlich. Und Rappé kann je nach Pflanze eine stimulierende und psychoaktive Wirkung haben, kann tiefgreifende Erfahrungen hervorrufen. Diese Erfahrung ist aber so wie bei all diesen Sachen, immer individuell und hängt dann am Ende auch von der Mischung und von der Menge ab, die man konsumiert. Es gibt milde Erlebnisse, die kann man vergleichen, zum Beispiel mit, wenn man irgendwie einen starken Kaffee getrunken hat oder so, dass man so ein bisschen drüber ist einfach. Es gibt aber auch andere Mischungen, die können dann wiederum für ein kraftvolles, langanhaltendes, psychedelisches Ergebnis sorgen. Und es gibt auch immer Nebenwirkungen, so wie bei den meisten Sachen auch. Die Nase beginnt nämlich meistens dann zu laufen, weil man das ja eben in seine Nase bläst. Dieser Schleim soll dann am besten durch die Nase auch wieder herauslaufen, damit er nicht nach hinten in den Rachen tropft, weil wenn das passiert, dann muss man würgen und dann bricht man im Zweifel auch. Aber auch das wird dann wieder als reinigend angesehen. Also irgendwie ist es alles irgendwie ein bisschen strange. Und wie du schon sagst, Friedi, es ist eben die Dosierung und die Menge und die Häufigkeit macht es. Und so oft, wie die sich jetzt gerade dabei posten und auch bei YouTube irgendwelche Videos davon hochladen, die machen das schon sehr regelmäßig. Und es ist halt auch eine Verharmlosung. Er, wie du schon sagst, vertreibt es jetzt. Er promotet das. Und ich finde, er verharmlost ist extrem. Er verkauft es ja als etwas, was ja extrem gut für dich ist. Und jetzt stell dir mal vor, die ganzen Leute, die zu ihm aufschauen und das dann auch unbedingt mal ausprobieren. So geil, ja, ich hatte einen stressigen Tag gestern und morgen wird auch noch stressig. Ich will jetzt im Moment sein und hau mir das Rapé dahinter in die Birne. Ja, also ich finde es auch einfach verantwortungslos. Also ich finde, Julian Zitlow ist grundsätzlich verantwortungslos. Und Alina ist irgendwie blind vor Liebe oder ich weiß nicht was, aber sie ist irgendwie blind und rennt so blind mit. Und ich habe auch letztens so ein, gab es heute ein Instagram-Video gesehen von denen zu Hause irgendwie. Und ich denke mir, ich finde es irgendwie, ich kann es nicht. Ich nehme es dann auch irgendwie nicht ab, diese Super-Happiness. Sie ist, hi, Julian, ja, zeig mir doch mal hasi-mausi. Ja, zeig mir das doch noch mal. Aha, guck mal hier. Wo ich mir denke so, boah, ich nehme es, ich kaufe es euch auch irgendwie nicht ab. Ja, es ist auf jeden Fall alles irritierend. Genauso wie die Tatsache, dass der da auf einmal mit diesem Ron Bilecki wieder rumhängt. Also das ist, der war jetzt auch irgendwie da mit im Garten und hat Rapé konsumiert. Und dann haben die da ein YouTube-Video gemacht. Und auch jetzt gerade ist Julian Zitlows Profilanzeige-Bild, ist Ron Bilecki, wie der da völlig dicht irgendwie im Garten sitzt. Und du denkst einfach nur so, hä? Also die verhalten sich wirklich wie so Teenies, die gerade in die Pubertät kommen. Und Ron Bilecki ist auch nicht so ganz unproblematisch zu sehen. Der ist irgendwie auch bekannt geworden als Fitness-Influencer bei YouTube. Und da seitdem kennen sich Julian und er auch. Aber der hat dann irgendwann über die Jahre halt immer mehr auch von sich zu reden gemacht, weil er halt sehr trashig wurde und immer mit seinem Geld rumgeprallt hat, exzessiven Alkoholkonsum irgendwie auch verharmlost hat und stand immer wieder in der Kritik, hat ein Security-Menschen bei einem Konzert 2022 als Geringverdiener beschimpft. Das ging dann viral. Also weißt du, auch irgendwie so ein doof Kopf. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Und das ist das, was ich eben schon angedeutet habe. Nicht nur dieser Konsum, was du ja eben auch schon sagtest, Fredi, von diesem Rapé, diese Verharmlosung ist, sondern dass jetzt auch mittlerweile die Mädels immer mehr gezeigt werden. Also da, wo sie sich irgendwie vor ein paar Monaten noch dazu entschlossen haben, die Kinder nicht zu zeigen öffentlich, werden beide jetzt die ganze Zeit in einer Tour in die Kamera gehalten. Plus, und das finde ich noch viel schlimmer, die haben jetzt sogar beide ihren eigenen Instagram-Account. Haben sie? Ja, und die Kleine, ich habe gerade nicht im Kopf, die muss vier oder fünf sein, die hat ihren eigenen. Und Lilly, die ist jetzt ungefähr acht, glaube ich, die hat sogar schon knapp 20.000 Follower und postet dann immer in ihrem Namen. Aber du weißt, das macht sie ja nicht selbst. Und irgendwie fragt man sie schon, warum? Warum muss ein achtjähriges Mädchen, geschweige denn die jüngere Schwester, beide, warum müssen die jetzt beide ihren eigenen Instagram-Account haben? Mit Fotos, wo die im Bikini, im Pool rumplanschen und so. Also sorry. Ja, das ist furchtbar. Ja, ach, es ist einfach da. Ich will gar nicht anfangen, was da alles gegenspricht. Alles. Alles. Alles einfach. Davon, dass sie noch nicht mündig sind. Dazu, dass das Internet nicht vergisst. Das Internet auch böse ist. Ja, Pädophile sich im Internet rum und genau darauf warten, dass kleine Mädchen im Badeanzug im Pool rumplanschen und sich das anschauen. Und, oh, es ist so, da wird mir so schlecht. Und es ist einfach, ja, ich bleibe bei dem Wort verantwortungslos von beiden. Ja, genau so ist es auch. Und genau das ist auch irgendwie mein Empfinden. Und um jetzt die Klammer zu schließen, die du am Anfang geöffnet hast, Friedi, wie ist es eigentlich mit diesem Schamanen und wie ist der Kontakt von denen. Also aktuell ist der Schamane in Berlin. Und die waren jetzt auch zusammen essen. Also Julian, der Schamane, Alina und so. Und Kate soll wohl irgendwann jetzt bald auch nach Berlin kommen. Bleibt dann halt abzuwarten, ob die sich dann auch mal alle vier zusammentreffen. Das wäre natürlich mein persönliches Highlight. Meins auch. Oh Gott, bitte. Bitte trefft euch. Aber der Schamane hat auch ein Interview gegeben. Er hat gesagt, dass er vorher die Erlaubnis von Julian sich eingeholt hat. Also die verstehen sich wohl dann doch wieder ganz gut. Das sagt er auch in dem Interview. Er klärt halt eben, dass das für Julian mittlerweile okay sei und er das irgendwie akzeptiert habe. Er klärt auch, dass er Julian und Alina schon seit ungefähr sieben Jahren kennt und seitdem auch begleitet und so. Und die hätten auch alle jetzt irgendwie ein gutes Verhältnis miteinander und erzählt, das wusste ich nämlich auch nicht, das fand ich auch interessant, dass er damals schon mit Julian und Alina irgendwelche Zeremonien auch gemacht hatte. Und irgendwann waren dann aber Alinas Grenzen erreicht. Und sie ist dann ausgestiegen und hat gesagt, mir reicht es, das ist zu viel. Und Julians Grenzen waren dann wohl offensichtlich noch nicht erreicht. Und deswegen ist er dann so ausgebrochen irgendwie. Doch, da hatten wir in einem unserer Julian-Zidlow-Folgen drüber gesprochen. Dass sie am Anfang als Paar das gemeinsam gemacht haben. Und ein bisschen, komm, wir probieren mal was aus und lass uns doch mal mehr in die spirituelle Richtung gehen und mal was gucken. So wie Moritz und ich auch darüber nachgedacht haben, mal Ayahuasca zu machen oder auch mal so eine Zeremonie in Mexiko mitgemacht haben. Anderes Thema, ne, so. Und er hat es aber einfach besser gefunden als sie. Ja, genau. Und sie hat halt irgendwann gesagt, okay, bis hierher und nicht weiter, das wird mir einfach zu viel, das ist mir alles zu abgedreht. Und Julian war halt schon so komplett into it und war so, wow, das ist es. Das ist das in des Lebens bekippt, in Thailand Bunga auf dem Tag drum zu tanzen und Sex zu haben. Und genauso beschreibt es der Schamane dann eben auch. Also ich nenne ihn jetzt einfach halber einfach Schamane. Er sagt nämlich auch, Julian war in der Zeit wie ein inneres Kind und das wollte einfach raus zu dem Zeitpunkt irgendwie. Das Absurde während dieses Interviews ist aber auch einfach, dass er dann auch die ganze Zeit dieses Rapet-Zeug sich in die Nase haut und vor jeder Antwort, also er bekommt eine Frage gestellt und antwortet dann, aber vor jeder Antwort geht er erstmal so in sich, so richtig bedeutungsschwanger. Und das dauert eben. Also es zieht sich so richtig lange hin und der ist da irgendwie so völlig in seinem Element. Also irgendwie schon ganz amüsant. Sagt dann aber auch, dass Julian und Alina jetzt gestärkter seien als je zuvor. Die beiden hätten schon so viel miteinander mitgemacht. Für die Kinder muss es natürlich auch ganz schlimm gewesen sein. Deswegen sind jetzt alle Beteiligten und vor allem Julian und Alina natürlich wohl total froh, dass sie sich wieder haben und das alles irgendwie so wieder für sich geregelt haben irgendwie. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du so eine Krise durchmachst in deiner Ehe, dass einen das zusammenschweißt und dass man halt dann auch akzeptieren muss, weil die beiden waren ja auch so ultra früh zusammen. Das war doch auch für die beiden die erste Liebe und sie hatten nie irgendwie was anderes. Und da ist wahrscheinlich der Julian einfach mal kurz durchgedreht, weil er dachte, er verpasst irgendwas von der Welt oder verpasst andere Partner oder wie auch immer. Torschusspanik. Heißt das eigentlich Torschuss oder Torschluss? Das habe ich irgendwann mal gegoogelt, weil ich mich genau das Gleiche gefragt habe und die Antwort hat mich überrascht. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich glaube, es heißt Torschusspanik. Naja. Es heißt Torschusspanik. Ja, Torschusspanik. Also und dass er dann da, wie gesagt, ausbrechen wollte. Ich bewundere eigentlich Beziehungen und Ehen, die solche Sachen überstehen, die phasenweise Trennungen überstehen, die einfach auch mal den Partner ziehen lassen und sagen, okay, wenn du das jetzt brauchst, dann tu das. Wer bin ich, dich zurückzuhalten? Und die dann aber auch noch da sind, wenn der Partner halt dann wieder zurückkommen möchte. Eigentlich bewundere ich das. Und deswegen, wenn ich das jetzt sehr romantisch und naiv sehe, finde ich es total schön, dass die beiden jetzt wieder gestärkt aus der ganzen Sache rauskommen und kann mir das wirklich auch echt vorstellen. Nur dieses ganze Drumherum, dieses ganze Instagram, diesen ganzen Scheiß, den er da öffentlich gemacht hat, der versaut halt alles. Genau, genau das Gleiche, weil ich habe hier irgendwie jetzt gerade vor mir in meinen Notizen meine eigene Meinung dazu, Fragezeichen. Und genau das Gleiche steht da auch. Ich finde das sogar sehr mutig, vor allem irgendwie in dem Moment, wenn man wirklich sagt, okay, man hat hier sein gesetteltes Leben und man muss da irgendwie ausbrechen, komme, was wolle. Und dass dann der Partner oder die Partnerin, in dem Fall Partnerin, das so hinnimmt und akzeptiert. Und ich muss auch wirklich sagen, Alina ist für mich, sei jetzt mal dahingestellt, ob ich ihre Entscheidung irgendwie nachvollziehen kann und genauso treffen würde. Aber ich fand sie in der kompletten Zeit sehr stark, weil sie sich nie dazu geäußert hat und nie, die hätte ja eine krass öffentliche Schlammschlacht mitmachen können, die er ja eigentlich öffentlich gestartet hat. Und sie ist nie darauf eingegangen. Und ich habe echt gedacht, so krass, irgendwie mittlerweile oder zwischendurch, jetzt steigt die ein und jetzt geht es los. Aber sie hat sich nie dazu hinreißen lassen. Und das finde ich schon echt extrem stark vor allem. Aber so wie du sagst, Fredi, es ist halt eine Sache, ob du kurz mal ausbrichst und dich wiederfinden musst und irgendwie vielleicht besser und stärker zurückkommst und das als Partnerin dann auch eben einfach aushalten musst, diese Zeit. Oder aber, dass dein Mann da öffentlich gegen dich schießt, gegen deine Familie schießt, mit einer komischen, dahergelaufenen, sage ich jetzt einfach mal so, despektierlich irgendwie, Frau, die er ein paar Monate oder Tage, Wochen, wie auch immer kennt, halbnackt da irgendwie in einem Whirlpool, was mit der man alles das online stellt, da bin ich raus. Da bin ich wirklich raus. Ja, ich auch. Und ich halt demütig, ne? Genau. Und wie du auch schon sagst, die Familie demütig gegen sie schießt, gegen Frauen. Er hat ja so viel, er hat ja auch einfach so viel Scheiße von sich gegeben. Das ist ja unmenschlich, was der da in die Kamera, das war ja jeden Tag, hast du ja nur gedacht, das geht, das gibt es nicht. So viel Scheiße kann da überhaupt nicht rauskommen, was der den ganzen Tag erzählt. Ja. Ja, oder diese Kaffee-Dates, wo der immer diese Kaffee-Emoji gemacht hat, um sich mit Frauen zum Sex zu verabreden. Also ich meine, überleg dir mal, das musst du dir jeden Tag dann, selbst wenn du es dir nicht aktiv angucken möchtest, ja, verständlicherweise, dann wird es dir ja aus jeglicher Ecke, aus jeglicher Zeitung um die Ohren gehauen. Und ey, also es ist, es ist, es ist einfach nicht die feine Art und irgendwie der Typ hat kompletten, kompletten, kompletten Hau. Ja, und das meine ich halt, ich glaube wirklich, dass so Substanzen und auch pflanzliche Sachen, ey, wenn du nicht, wenn man nicht fein ist mit sich und irgendwie gefestigt, dann kann das echt nach hinten losgehen. Also ich kenne da echt viele Beispiele, die irgendwie nur von Marihuana so kleben geblieben sind, weil die einfach nicht tief in ihrem Inneren fest in sich waren irgendwie. Ja, und so rückt du dann auch auf mich. Total, und das kann halt auch, glaube ich, ich bin auch keine Drogenexpertin, wesenverändernd sein, bin ich mir fest von überzeugt, dass bei allem, was du zu viel konsumierst, dass das irgendwann dein Wesen verändern kann, zum Schlechteren auch. Ja, also gut. Also ich bin gespannt, ich bin jetzt wirklich, jetzt bin ich auch schon wieder so hooked, dass ich mir das die ganze Zeit weiter angucke, also so weit habt ihr mich schon wieder mit. Boah, das ist so krass, ganz bei mir ist genau das Gegenteil. Ich habe mein Weinglas leer und ich denke mir nur so, ich kann mir das nicht mehr geben. Ich habe, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Zeit für so Julian Ziegler in my life. Aber, ich eigentlich auch nicht und das ist aber so ein Zwiespfer, weil ich jetzt gerade wissen will, wenn Kate nach Berlin kommt. Ja, will ich es auch wissen. Das ist so, sie Trash-Tipp voll gucken. Eigentlich habe ich für sowas auch keine Zeit, aber es ist mega geil. Das will man dann schon sehen und deswegen ist es so, ja, klar, ist jetzt auch irgendwie Doppelmoral, dass wir einerseits sagen oder ich jetzt gerade eben die ganze Zeit hier von mir gegeben habe, warum postet man immer sowas bei Instagram, aber am Ende konsumiert man es ja selber. Also wir jetzt vielleicht aktiv nicht, vor allem für diesen Podcast jetzt eher, aber es gibt ja Leute, die es tun. Aber es ist wahrscheinlich auch die Faszination des Grauens zwischendurch. Ja, und zwischendurch, aber ich kann auch verstehen, manchmal ist es auch einfach ein ganz schönes Abschalten. Ja. Und schön zu sehen und zu merken, dass man normal ist, ne? Ja, voll. Oh Mann, ey, aber ist auch auch mal schön, ach, Julian Ziedlow, Dark Secrets-Folgen sind aber halt auch mal wieder einfach mal zwischendurch meine ganz nette Auffrischung. Total. muss ja auch nicht immer alles ganz schlimm sein, sondern so ein bisschen trashy, gossipy ist auch mal schön. Ja, und ich finde und hoffe jetzt aber auch wirklich und ich weiß, dass ich das bei Folge 81 bei der zweiten Folge über Julian auch schon gesagt habe, ich hoffe jetzt wirklich, dass das jetzt die letzte Folge war. Staffel 3 und danach ist Finito. Ja, ich hoffe nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, soll ich prognostizieren? Ich glaube ja, dass es nochmal eine Trennung geben wird von Julian. Ich glaube, also ich glaube, es wird nochmal eine Trennung geben. Oh doch, ich glaube ja. Was glaubt ihr? Frage ich mich jetzt. Ja, es wäre so witzig. Oder vielleicht verliebt sie sich in einen Schamanen oder so. Ach, also irgendeine Wendung wird es dann noch geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass wir noch von den beiden hören werden und wir in irgendeiner Weise in diesem Podcast über sie berichten, ob kurz oder lang. Also ey, sagt uns, das interessiert mich wirklich, was ihr darüber denkt, ob ihr das die ganze Zeit weiter verfolgt habt oder ob das jetzt viele Neuigkeiten auch für euch waren und was ihr denkt, wird es eine Staffel 4, 5, 6, 10.000, eine Milliarde geben oder haben wir jetzt endlich mal alle irgendwie Ruhe? Es bleibt spannend. Ja, allerdings. So, ja, wir kommen ja dienstags raus. Ich wollte gerade sagen, schönen Freitagabend, aber es ist ja Dienstag, also von daher einen schönen startenden Tag oder einen schönen Abend und ja, bis nächste Woche, ne? Genau so ist es. Tschö. Tschö. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster. Tschö. Tschö. Tschö.